Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Adela Likulescu und ich freue mich, Sie heute Abend aus dem wunderschönen Großen Saal im Wiener Konzerthaus begrüßen zu dürfen. Ich werde für Sie die Sonata Appassionata von Ludwig van Beethoven spielen. Wir befinden uns nämlich im Jubiläumsjahr 2020, 250 Jahre seit der Geburt Beethovens. Ich wünsche Ihnen viel Freude. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020